So, hier gehen wir den Car Crusher. So, ich losse leise. So, losse ich hier zum Händler. Tolles Auto! Einfahren! Rindfüllen! Okay. Die Höhlebaum kriegt da heran. Ich glaube es war das. Ja gut, du alte Garten. Achtung, Heilige! Geht's dir gut? Äh, das glaube ich auch nicht. Nein, mein Auto geht so. Halt es nicht. Ich weiß nicht, was das nicht wird. Was ist das für ein Auto? 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 Ach du Heilige in der Treppe! Und da kommt einfach was von oben. Was ist das für ein Auto? Ja! Was ist das für ein Auto? Ne, okay, das weiß ich nicht. Wer ist. Ist das nicht? Ja! Was ist das für ein Auto? Ja! Wie ist das für ein Auto? Was ist das für ein Auto? Ja! Ich fahr wohl in der Bromakarre. Aha! Bärscherb! Bärscherb! Ach du Heiliger! Den gehts nicht mehr gut. Flexi ist wieder zurück. Oh, du sitzt bei mir. Dumm, du bist halt dran. Ach. Scheiß drauf. Alter, da kam gerade Feuer raus. Ich hab dir was gesehen. Und hier rein. Ja, ist angekommen. Die sind eigentlich brauche ich nicht. Okay, das habe ich schon. Los, es gibt Gas, hey! Mein Lieblingstier ist die Bratwurst. 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 Was ist denn das für eine Mögel? Das ist die Bratwurst. Der ist die Bratwurst. Ich ändere das nochmal. So, jetzt geht's die Türi da auch. Jetzt geht's die Jungen. Keine Ahnung. Das ist die Bratwurst. Ich steh auf meinem Auto und ich fahre Richtung Park. Leute kommen um die Ecke und sie sagen, ich bin krank. Junge, du bist krank. Junge, richtig, richtig krank. Ja, am besten habe ich einen fetten Urlaub hier am Schrank. Wir fahren durch die Wüste und ich denke an die Küste. Aber leider muss ich feststellen, dass ich heute es abgeließe. Mit dem Wasser wird es knapp. Leider läuft sich richtig glatt. Also nehme ich all die Kraft. Und ich mach's bei Sesse. Sitze in deinem Sesse und dann spürt ihr, wo du denkst. Es hört sich dieser Jungen an die Abnormalen. Sehen sie in der Schule nicht zu Ende. Aber es sollte nicht zu hören. Und sich aus Ausgaben abgeschrieben haben. Er hört. Ich kopiere nur Zahlen und ich füge sie wieder ein. Ich füge sie sofort. Gib mir fünf Minuten Zeit und ich mach dir einen Tänz. Ich füge sie sofort. Nimm das Leben nicht so ernst und bedien dich bei einem Tag. Ja. Ich füge sie sofort. Und ich mache Leuten eine Stimme besser. Ja. Ich füge sie sofort. Ich füge sie sofort. Nein. Wir trainen nur den Tänz. Ich füge sie sofort. Das ist nicht wirklich notwendig. Ich gehe auf Wikipedia und mache es mir gemütlich. Drücke nur drei Köpfe und schon Geräusche. Und dann leg ich mich zurück und mache einen Aufmerksamkeit. Und dann steige ich in mein Auto ein und höre meine Tracks. Ich kopiere nur Zahlen und ich füge sie wieder ein. Sehr schön, Frau. Gib mir fünf Minuten Zeit und ich mach dir einen Tag. Abstrahl, wegstrahl, auf. Nimm das Leben nicht so ernst und bedien ich meinen Tag. Abstrahl, wegstrahl, auf. Und ich mache Leuten eine schöne Message und ich drücke Abstrahl, wegstrahl, wegstrahl, auf. Ja, mach dich bereit, diese Jungs ist zu zweit. Und für diesen Track, ja, da gehen wir zu weit. Leute sagen zu mir, Lars, was ist das für ein Text? Ich hab's gar nicht getrackt, man, da ist viel zu fresh. Ich sage, Bro, kein Problem. Ich erklär dir, setz dich hin und nimm dir ein Stift und Papier und ich sage zu dir, dieser Text ist einfach mein Part. Ich bin so krass für dich und deine Kleinstadt, yeah. Man, wir rappen nur das Gleiche, ja, wir rappen nur das Gleiche. Und das ist voll perfekt, niemand hätte gedacht, dass ich so gut rappt und seit ich gekreist darf. Auch jeder, der, man, ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer dieser Text ist toll, ich hab zu rappen, denn ich hab die Nase voll. Oh, ich hab die Nase voll, ich hab die Nase voll. Oh, ich hab die Nase voll, ich hab die Nase voll. Die Nase voll, ich hab die Nase voll. Und ich mache Leuten eine schöne Message und ich drücke Die Nase voll, ich hab ihn als Das ist ein Eisbär, das ist ein Eisbär. Jooo Oh! Achtung! Mappt! 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 Schhh! 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 Ich freue mich sehr Sch Schmiff zuocken, die Förderer der Schmiff Und jetzt haben wir die Seite und haben die Mama Seite. Und ein Zeugling. Ach, wir haben jetzt die Lürische Drehchen. Wenn das Herz auf dem Maulischen Drehchen. Und du als Ego sind wir ein, wie du gestanden hörst. Und wir sind nach dem alles, was du machst, ist wichtig. Nimm hier. Oh, ist das vielleicht dumm. Okay, mal kurz. mein lieblings die die schau das Lass gerne jetzt kurz den Foto auf. Noch 10 Sekunden. 10, 9, 1, 4, 6, 3, 4, 3, 2, 1. Und jetzt laufe ich ein bisschen rum. Und jetzt kommen wir auf die Musik. Oh, das ist eine Schraube. Oh, das ist eine Schraube. Ich teile nur mit Tauben, denen ich vertraue. Mach die Taube. Ich flicke aus dem Bett und mache zusätzliche Schraube. Mach die Taube. Ich komme in dein Fenster rein und schaue, was ich klaue. Mach die Taube. Sag ich wäre im besten nicht, dir heute nichts erlaube. Gut, 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 gut. Mach die Taube. Gib mir deine Krümel, sonst werd ich dich heute hauen. Wir tragen Sonnenbrillen ganz entspannt. Durch Kopfnicker Beats wurden wir bekannt. Die besten Beats kommen immer nur von Tauben. Was anderes können wir uns einfach nicht erlauben. Die Taubengang hat nur Brot im Sinn. Und du triffst sie auf dem Parkplatz von Burger King. Tauben brauchen Straßen. Tauben brauchen Züge. Tauben schaffen das, was du nie schaffst, auch ohne Mühe. Tauben sind auch hier. Tauben sind auch da. Tauben hier. Talent steigt einfach in der DNA. Gib uns einfach Brot. Gib uns einfach Brot. Gib uns einfach Brot. Wir haben wirklich Hunger und wir brauchen wirklich Brot. Gib uns einfach Brot. Gib uns einfach Brot. Kann auch wirklich trocken sein, du kriegst ein Angebot. Baby Tauben machen uns wirklich stolz. Denn sie sind die nächsten mit einer Menge Holz. Das war's, Mutter. Auf der Folge. Haude rein, haude. Ciao.